Moin alle gut. Am Namen von den Damen vom Handball-Caching will ein Peer-Message weitergehen. Eine Kurz- und Intensiv-Saison geht umtreibend an. In order to your involvement, we want to say thank you to many people. Ein großes Merci und letztes für eure Handball-Föderation. Sie hat viel Engagement, denn Handball hat zuletzt für ihre Leben. Und auch ein großes Merci an alle anderen Handball-Vereinen. Wir sollen auch alle unsere Gäste ein Merci, Martina, für spannende Momente. Und gratulieren natürlich auch noch nicht länger und dickerisch, dass sie auch noch auf internationalem Niveau spielen können. Ein großes Merci an alle Gemeinden Kerchen, die es uns am ehemalig ist, was passiert ist. Ein großes Merci an alle Sponsoren, die uns finanzieren. Ein großes Merci auch an alle Streicher. Ein großes Merci an alle unsere Referee. Ein großes Merci an alle Komitee von Rampunkage. Ein großes Merci an alle Dr. Stad, der immer noch mit einem großen Engagement ist. Ein großes Danke an unsere Coach, der immer glaubt in uns und hat viel Patience gefordert. Und wir werden uns gemeinsam noch stärker in der nächsten Saison. Und wir werden uns gemeinsam noch mit einem guten Tag machen. Und wir werden uns gemeinsam mit einem guten Tag machen. Und wir werden uns gemeinsam mit einem guten Tag machen. Und wir werden uns gemeinsam mit einem guten Tag machen. Und wir werden uns gemeinsam mit einem guten Tag machen. Und wir werden uns gemeinsam mit einem guten Tag machen. Und wir werden uns gemeinsam mit einem guten Tag machen. Und wir werden uns gemeinsam mit einem guten Tag machen. Und wir werden uns gemeinsam mit einem guten Tag machen. Und wir werden uns gemeinsam mit einem guten Tag machen. Und wir werden uns gemeinsam mit einem guten Tag machen. Bis zum nächsten Mal.